ich könnte das ganze auch noch filtern auch wenn ich jetzt nicht weiß wie aber ich weiß dass es geht ich könnte es auch so viel dann das magische verzauberung nicht rausgenommen werden aber mal ehrlich eine gold chest plate mit irgendeiner verzauberung ist mir sowas von bumpe es gibt keine herausforderung was körperliche gewalt angeht die noch vor uns steht wirklich außer in der drache und dafür würde ich mir gerne selber stellen selbstständig rüstung zusammen basteln da brauche ich nicht so ein goldzeug also sollte das soweit okay sein so dass entlastet das system schon mal das haben wir noch schönes leder tunic mitnehmen lederhelm können wir auch mitnehmen chainmail theoretisch auch aber ich habe irgendwie so ein respekt vor chainmail weil das gab es halt früher nicht das gab es nur in dem kreativ modus also das ist jetzt uralt vanilla pre alpha gedöns aber trotzdem sind wir hängen geblieben du da rein so fasi exporter wird das kommt zu unserer müll vernichtungsanlage die wir hinten war unsere müllanlage die andere seite genau hier so und mülleimer bräuchten wir noch mehr praktisch noch eine sache die ich gerade gesehen habe die wir vergessen haben ich wollte eigentlich in jeder plattform mindestens ein so ein terminal haben weil der sieht mich die ganze zeit hin und her flitzen weil ich halt immer den kürzesten weg zurück zu dem terminal hier nehmen will hätten wir aber in jeder plattform auf jeder etage jeweils ein terminal müsste ich gar nicht mehr flitzen weil ich immer zugriff hätte ich könnte auch wifi benutzen es gibt so ein kleines gerät damit kann man von seinem inventar aus auf das me system zugreifen und auch gegenstände rein und raus nehmen aber ich habe mich da nie wirklich daran gewöhnen können müssen mal gucken trash nein kein also wir haben gar keine im system trashcan problem war mehr davon 38 so vielleicht ein bisschen übertrieben aber das passt schon da brauchen wir jetzt auch kein level mit mehr für was jetzt optisch ein bisschen komisch aussieht aber hier ist eine müllverbrennungsanlage die kann ruhig ein bisschen komisch aussehen to split damage at 99 ich teste match any müsste das sein das heißt alles davon ist jetzt schon vernichtet worden bevor ich zurück zum terminal kommen gucken wir gold willst du wenigstens weniger gold blöcke werden mehr das ist schön ja da verschwindet rüstung sehr schön sehr sehr schön verschwindet das magische zeug sie noch fünf magische herney alles weg guti 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 also fuzzy exporter der beste freund einer müllverbrennungsanlage dadurch haben wir jetzt sehr viele typen von gegenständen im me system frei gemacht ich guck gerade noch mal so durch ihr kommt chain mail müsste auch wobei wir dafür das ist echt nicht viel kommen das kann ich mir gönnen so du raus du rein irgendwas ist da verpackt kann das sein ja ich kann die sache nicht rausziehen lassen wir das also chain mail ist noch vorhanden ist okay können wir später noch aussortieren du kommst hinterher das ding sollten wir eigentlich bei zeit mal ausbauen und dann mit dem me system dass wir einfach alles an rotten flash über 512 zu dirt machen aber das okay also später im zeitraffer kommen wir noch wände hin hier sollte noch eine farm hin ja und unsere bienenstöcke ja hier müssen wir alle wieder abbauen wieder alle eintunken habe ich gerade die blumen zerstört ja habe ich baue die blume wieder hin blume da hinten tunk 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 so vier stück noch mal das ganze wenn das jetzt noch zwei dreimal passiert mit jeweils vier bienenstöcken läuft irgendwas falsch weil hier drüben hat es ja schon mal geklappt auch wenn es nur einmal waren auch wenn es nur wüsten zeug war aber trotzdem das heißt da ich stelle einfach hier drüben auch noch mal und ich bräuchte mehr von den beehives aber das ok die können wir hier reinpappen so meine jetpack energie sieht nicht so gut aus und ich laufe eben mit dem schlechten jetpack rum oder ne das war das gute ja dann wird das jetzt richtig eklig wenn ich das schlechte anziehen so flieg komisch hin und her und schlitter und sei langsam wo ich das gerade sehe also am ende des letzten zeitraffers stand ich ja auch vor diesem ding hat im kopf geschüttelt weil ich finde das sieht ziemlich doof aus also hier im kellerbereich mit diesen holzbrücken das passt irgendwie nicht da müssen uns besseres einfallen lassen vielleicht smooth stone vielleicht irgendwas extravagantes aber das ist so in der holzform irgendwie doof wow ok messiert bricks sind wir jetzt schon seit einer weile bei also die maschinen sind für uns seit einer weile dabei ding 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 ah alle ernsthaft wow ok das heißt hier ist wieder irgendwas vermurkst richtig molten elektrum ja sei es drum silber ich hätte gerne fünf silber blöcke ich hätte gerne fünf gold blöcke mach einfach mehr warte mal wie viel elektrum haben wir jetzt drin zwei nuggets wenn ich jetzt sieben nuggets rein tun wenn ich jetzt sieben nuggets rein tun ich weiß nicht wie viele nuggets in dem anderen ding drin sind äh mal gucken mhm und dann noch die fünf und die fünf dann haben wir mehr als genug elektrum ja innen wir müssen auch noch machen wir müssen viel machen aber ich habe keine lust mehr auf diese friemel arbeit hier mit der smeltery wie viel sealstone sagen wir jetzt 294 so ein stack davon das wie viel brauchen wir denn wir brauchen drei sechs neun zwölf pro ebene also 12 24 36 plus neun unten sind 45 für eine smeltery braucht definitiv noch viel mehr koppel wir haben kein koppel mehr lalala gut ich nehme mal einen von denen und ich nehme einen von denen und wir brauchen unten eine größere kiste das wird so nicht hinhauen mhm also hier die maschine dieser kompressor wird sehr ausgelastet sein in den nächsten folgen dähh ja hier schmelzt die bitte auch noch mal ein so ganz viel elektrum 2 nacket super du bist nicht am arbeiten oder ne ne weil da noch sealstone drin ist ok das heißt das ding arbeitet jetzt gerade nicht wir müssen jetzt nur dahin kommen dass wir nochmal sieben nackets da reinschmeißen warum auch immer gold da 1 2 wenn ich jetzt sieben stück rein wenn ich jetzt wenn ich jetzt sieben wenn ich jetzt sieben stück da reingeschmissen habe müssten es jetzt 90 inggits und neun nugget sein neun nuggets sind ein inggit also müssten es 91 inggits sein ja 91 inggits sein richtig richtig sehr doof das ganze und warum ist hier eine ungerade zahl an sealed stone ich meine wir haben nur koppelblöcke reingeschmissen da kann es keine nugget version von geben oder micro bucket version und warum steht da immer noch zwei nuggets hä zählt ein nugget nicht als ein nugget ich glaube ich habe gerade gold verdoppelt äh sehr komisch genau gibt mir einfach stein stein ist ein bisschen unproblematischer als gold so das sollte jetzt funktionieren sie hat 38 komm spring auf 39 ich kann weiter arbeiten spring auf 39 ich kann weiter arbeiten mist ok ach weil das ding noch modelektrum drin hat ok du wieder weg du wieder hin du wieder rein du wieder an 38 39 sehr schön also das hätten wir auch wir bekommen nach und nach jetzt ganz vieles jetzt uns und den können wir später zwei drei neue smilteries aufbauen ich glaube ich wollte das hier machen ja ja ok was haben wir noch an projekten mhm chips 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 ganz viele davon dafür brauche ich storage cells mhm mhm da dafür brauche ich goldene chips dafür brauche ich die da bau mir ein stack davon Dankeschön die werden jetzt alle nach und nach eingeschmolzen aus allen eingeschmolzenen assemblies machen wir storage cells das werden dann 64 storage cells aus den 64 storage cells machen wir 21 irgendwie so storage segments und aus den segments machen wir dann eine handvoll blocks und mit den blocks können wir dann 16k chips herstellen das ist echt ganz schön viel zeug was man reinballern muss in einen so ein 16k chip hammer na gut während das einschmilzt gucke ich nochmal bei unserer deep storage unit dafür brauchten wir einen tesseract frame dafür brauchten wir das da dafür brauchen wir das da ja oh der muss sogar voll sein das ist kein problem wir hatten irgendwo schon ein platz für enderpearl reinpumpaktion ne ja hier was also das dauert ewig ok dann mach mal das heißt allerdings auch dass wir ziemlich einfach tesseracts herstellen könnten wir sowieso viele enderperlen haben ähm generell gute idee würde uns das kabel verlegen sparen aber ähm so rein ganz praktisch gesehen wir haben hier schon fast überall Kabel ähm ja gut lassen wir das vorerst ich hole den vollen tesseract jetzt ab und wir bauen weiter eine deep storage cell da äh damit gut gut und warum kriege ich das ganze doofe gold zeug hier ich will kein gold also natürlich will ich gold aber ich will es im ME system haben und nicht hier in meinem inventar und noch eine sache die ich vergessen habe ich wollte noch hier nicht hier hier triple compressed mit rein tun und double compressed und die kiste musste größer weil sonst haben wir irgendwann von allem etwas drin und wir haben trotzdem keinen platz mehr und das wird alles abgepumpt jo gut äh na 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 hier hin so das wäre dann hier drin und dann reinforced strongbox davon brauchen wir vier stück wir brauchen also vier harden strongboxes eins zwei also eins zwei nicht stackbar und so vier dann die da so eins bitte geh auf 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 sehr schön zack 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 zack